Musik Ist es eine Utopie, ganz auf Konsum verzichten zu können? Kann man so leben, dass Geld keine Rolle mehr spielt? Diese Fragen haben sich Benjamin und seine Frau Jasmin gestellt. Sie sind überzeugt, es ist an der Zeit, ein neues Lebensmodell zu entwerfen. Wir haben gesehen, wie Dinge verschwendet werden. Die Waren werden produziert und die Hälfte davon, oder sogar noch mehr, landet im Müll. An diesem Punkt haben wir uns gesagt, da läuft etwas gewaltig schief. Das ist absurd. Wir wollten unsere Energie nicht dadurch verlieren, etwas zu kritisieren. Wir wollten eine dauerhafte Alternative schaffen, etwas kreieren. Ein fester Ort, wo andere Menschen die Möglichkeit haben, ein alternatives Leben zu entdecken. Unsere Art zu essen, wie wir hier wohnen, in der Gemeinschaft. Wir wollen so ein bisschen zur Veränderung der Gesellschaft beitragen. Ihr drei Hektar großes Grundstück soll eine Art ökologisches und ökonomisches Experimentierfeld sein. Eutopia heißt ihr Projekt. Die Utopie einer besseren Welt. Die Idee ist natürlich auch, Wohnräume zu haben, die so umweltfreundlich wie möglich sind. Das können zunächst gebrauchte Wohnwagen sein, bis wir etwas Neues bauen können. Der Bereich da oben, dort wollen Jasmin und ich uns ein Lehmhaus bauen. Weiter hinten sind die Plätze für andere Mitbewohner, die noch kommen. Dort ist bereits der Wohnwagen von Romain und ganz hinten ist der Wagen von Sandrine. Sie wollte so ruhig wie möglich wohnen, deshalb ist sie ganz nach hinten gezogen. Sie haben Großes vor auf dem Gelände. Ihr Ökodorf soll ein Beispiel sein für ein nachhaltiges Zusammenleben. Dauerhaft wohnen hier auch Sandrine, Lucie und Romain. Zusammen wollen sie Eutopia aufbauen. Das Gelände soll nicht abgeschottet sein vom Rest der Welt, sondern offen für Besucher. Es gibt in Frankreich noch andere Ökodörfer. Aber das ist eines der wenigen, das vegan ist und die Ökonomie des Schenkens propagiert. Hier in Eutopia ist alles noch im Entstehen. Wir haben noch keine komplette Schenkökonomie, wo wir kein Geld mehr brauchen. Die Ökonomie des Schenkens funktioniert generell so, dass alle das geben, was sie können und wollen, ohne gegenzurechnen. Ich gebe so viel, also möchte ich auch so viel zurück. Es ist ein freiwilliges Schenken, ohne Bedingungen. Besonders bei Besuchern kommt ihr Konzept zum Tragen. Manche bringen Lebensmittel mit, andere helfen im Garten. Jeder gibt, was er kann. Und doch ist klar, dass sie von reinem Tauschhandel noch weit entfernt sind. Benjamin hat bereits 2010 versucht, ohne Geld auszukommen. Nach seinem Studium begann er, sein Leben radikal zu ändern. Es war seine Rebellion gegen den Turbokapitalismus, gegen den überbordenden Konsum. Damals waren wir fest davon überzeugt, dass alle anderen das auch so machen sollten. Alle anderen müssten aufhören, Fleisch zu essen, aufhören, Dinge zu kaufen, alle sollten Containern gehen, weil die Situation auf der Welt so dramatisch ist. So ist die Idee entstanden, eine ökologische Reise zu machen. Wir sind per Anhalter mit dem Auto oder auf dem Boot mitgefahren. Wir haben weggeworfene Lebensmittel gegessen, alles ohne Geld. Die Idee war, auf Konsum komplett zu verzichten. Das ist Papa, der die Mülleimer durchsucht nach Essen. Schau, da sind viele Orangen und Bananen, viele Sachen, die die Leute weggeworfen haben. Wir haben sie aufgesammelt, weil sie noch gut waren. In Mexiko lernte er dann Jasmin kennen. Ich habe bei meinen Eltern in Mexiko gelebt. Ich kam gerade zurück von meinem Masterstudium in Frankreich und fand mich von einem Tag auf den nächsten in einem Job wieder, den ich nicht mochte. Und auch wenn ich einiges gut machte, ich war einfach nicht glücklich. Da traf ich ihn, er reiste, er war frei, ich merkte, dass er viel erlebt hatte. Und ich? Naja, das hat mich sehr berührt. Und so hatte ich wahnsinnig Lust, zusammen mit einer Freundin ihn auf seiner Reise zu begleiten. Dann wurde Jasmin schwanger. Als sie geboren wurde, hat sich alles für mich, ja für uns verändert. Wir hatten auf einmal Verantwortung. Es ging nicht mehr nur um uns. Auch wenn mir meine Ideen immer noch richtig und sinnvoll erscheinen, auf einmal rückte alles in den Hintergrund. Es gab etwas viel Wichtigeres. Ich habe den Druck der Gesellschaft gespürt, als ich mit meinem alten Leben gebrochen und ein neues begonnen habe. Ich hatte einen festen Job, ein stabiles Leben bei meinen Eltern. Dann wurde ich beschuldigt, verantwortungslos zu sein und emotional instabil zu leben, alles Mögliche. Aber es war mein Traum von Anfang an, dass Adar in einem alternativen Umfeld aufwächst, wo mehrere Erwachsene sind, ein schönes, stabiles Milieu. Für mich ist das stabil. Wir sind nun verwurzelt. Und ehrlich gesagt, ich denke nicht so sehr an die anderen. Doch eine Sache war ihr wichtig. Adar sollte krankenversichert sein. Und so mussten sie ein Konto eröffnen und sich doch wieder mit dem Thema Geld beschäftigen. Ich brauchte trotzdem einen festen Rahmen. Alternativ ja, aber sozial abgesichert. Wir waren nie dagegen, im System zu sein. Nie gegen soziale Hilfen oder eine Krankenversicherung. Wir wollten einfach ein anderes Leben in Frankreich. Wie aber lässt sich eine Krankenversicherung in einem Leben finanzieren, das auf Geld verzichten möchte? Wovon kaufen sie Lebensmittel, solange sie noch nicht als Selbstversorger leben können? 350 Euro pro Monat benötigen Benjamin und Jasmin für ihren Lebensunterhalt. Momentan kommt das Geld aus staatlicher Hilfe. Wir haben eine Tochter, deshalb haben wir ein Recht auf Kindergeld. Ich arbeite seit kurzem auch als selbstständige Unternehmerin. So kann ich von zu Hause aus arbeiten. Ich mache zum Beispiel Abschriften von Interviews. Ich spiele auch sehr gern Klavier und ich gebe gerne Kurse. Damit könnte ich mir ein kleines Taschengeld verdienen, um mir eine kleine Freude zu ermöglichen. Das würde ich gerne wieder machen. Benjamin wäre lieber komplett vom Staat unabhängig. Doch ganz ohne finanzielle Unterstützung geht es noch nicht. Die Sozialhilfe ermöglicht es mir, dieses Projekt auf die Beine zu stellen. Wenn ich das Geld nicht bekäme, müsste ich arbeiten gehen, um meine Familie zu ernähren. Das könnte ich tun. Aber das wäre mindestens halbtags und nicht hier in der Gegend, sondern in der Stadt. Das würde bedeuten, dass ich das hier alles aufgeben müsste. Ich habe das Gefühl, viel mehr für die Gesellschaft zu tun, wenn ich hier das Projekt voranbringe, als wenn ich halbtags irgendwo arbeite. Wir haben alle ein Talent und das ist meins. Benjamin will mit seiner Lebensweise etwas bewegen. Die Gesellschaft verändern. Anders als in Frankreich geht es den jungen Männern und Frauen hier im österreichischen Burgenland nicht um die Veränderung der Gesellschaft. Sie wollen zunächst einmal herausfinden, ob das Leben in der Natur und ohne Konsum überhaupt etwas für sie ist. Sechs Monate versuchen sie sich als Selbstversorger. Ins Leben gerufen hat das Projekt die 28-jährige Lisa Pfleger. Vor acht Jahren schon hat sie diesen Lebensstil für sich entdeckt. Für mich ist es einfach schon eine Alternative zum normalen Leben und einfach ein Ausprobieren und ein Spielen. Wie kann ich wirklich nachhaltig mit einem kleinen Fußabdruck leben? Wir diskutieren ja ganz oft so, was essen wir jetzt, was nicht? Was ist jetzt noch nachhaltig? Was ist jetzt wirklich regional? Wie gehen wir mit Müll um? Wie gehen wir mit Wasser um? Wie gehen wir mit Energie um zum Beispiel? Also ich finde es zum Beispiel total genial, dass wir dreimal täglich zwar ein Feuer machen, aber es werden zwölf Leute dadurch ernährt oder wo es noch kälter war, dadurch gewärmt. Und es ist ziemlich spannend, wie wenig man eigentlich braucht. Die Österreicherin kaufte von ihrem Ersparten das zwei Hektar große Grundstück im Burgenland. Hier will sie sich ihre Zukunft aufbauen. Auch sie versucht weitestgehend auf Konsum zu verzichten. Besonders wenn es um Lebensmittel geht. Also mir hat es einfach massiv gestört, dass selbst wenn ich versuche nachhaltig zu konsumieren, einfach so schnell an den Grenzen stoße. Also ich stehe im Bioladen, es ist alles in Plastik verpackt, es kommt von quer, vom ganzen Globus die Dinge daher, weil es halt wirtschaftlicher ist, Dinge in Australien anzubauen. Und das wollte ich halt nicht, weil ich wollte ja so möglichst lokal und regional wie möglich mich ernähren. Und mein Lösungsansatz war dann eben so, okay, dann mache ich es jetzt selber, weil ich ja Lust drauf habe, weil ich Lust auf Gärtnern habe, auf Draußen sein, auf Dreck, was auch immer. Genau, aber das muss nicht für jeden die Lösung sein. Also ich persönlich finde es schön, mit Erden zu arbeiten. Und ich glaube, es tut ganz gut, da wieder so ein bisschen eine Verbindung und einen Bezug zu kriegen. Das ambitionierte Ziel der Vollversorgung habe ich mal gehabt. Aber wenn man so direkt in einem Jahr startet, dann dauert es natürlich eine Zeit lang, bis man mal Essen aus dem eigenen Garten haben kann. Wie aber ernähren sie sich in der Zwischenzeit? Und wie kann bewusster Konsum gelingen? Wir versuchen einfach darauf zu achten, dass möglichst wenig verpackt ist und das Gemüse einfach aus der Region kommt. Und deswegen haben wir einfach beim Bauern diese Kisten bestellt. Also da kriegen wir all unser Gemüse wöchentlich und wir holen es dann an einem vereinbarten Ort einfach ab. Und ja, das haben wir halt so lange, solange wir es brauchen, solange wir es aus dem eigenen Garten noch nicht haben. So archaisch und abgeschieden das Leben auch aussieht. Auf den Kontakt zur digitalen Welt können die Naturfreunde nicht verzichten. Strom und Internet haben wir nicht einen normalen Steckdosenanschluss, sondern wir haben halt diese kleinen Photovoltaik-Paneele, die man auch unterwegs mitnehmen kann im Rucksack. Und die stellen wir halt immer in die Sonne. Und das reicht halt eben genau dafür, um ein Handy aufzuladen oder wir haben auch so einen WLAN-Router, der mit Akku funktioniert. Dann können wir auch Internet nutzen. 2009 ließ sie ihr Studentenleben in Wien hinter sich und zog mit ihrem damaligen Freund aufs Land. Seitdem nutzt Lisa das Internet für ihr Projekt. Sie dokumentiert das Leben im Camp für ihren Blog Experiment Selbstversorgung. Und wo wir raus wollten aufs Land, war das dann irgendwie so unsere Möglichkeit, trotzdem noch irgendwas zu teilen von dem, was wir tun. Und haben wir deswegen angefangen, quasi unsere Experimente da zu dokumentieren einfach und welche Erfahrungen wir machen mit dem und welche Ideen wir haben und auch woran wir scheitern zum Beispiel oder so. Das wollte man einfach festhalten für die anderen. Und da hat das dann eigentlich angefangen, dass das immer mehr Menschen interessiert hat. Mit ihrem Blog hat sie einen Nerv getroffen. Bei Facebook folgen ihr mehr als 75.000 Anhänger. Das Interesse war so groß, dass Lisa beschloss, einen Aufruf zu starten. Interessierte könnten mit ihr zusammen als Selbstversorger leben. Zumindest für sechs Monate. Ich komme aus der Nähe von Stuttgart. Und ich bin hier drauf gekommen, weil ich öfter Lisas Blog gelesen habe. Und habe dann gedacht, ja, das ist genau mein Ding. Da mache ich mit. Ich bin jetzt nicht wahnsinnig gegen Konsum, aber ich versuche es persönlich einfach zu vermeiden, so weit es geht. Die meisten Teilnehmer sind Studenten aus Deutschland, auch Rebecca. Nach ihrem Philosophiestudium hat sich die 26-Jährige eine Auszeit genommen. Mein Leben war immer sehr stark taktet und sehr ehrgeizig und auch sehr viel überfrachtet vielleicht mit Pflichten und Dingen, die ich so tun muss. Und ich habe gemerkt, dass mir das irgendwann so gar nicht mehr entsprochen hat. Also für mich ist das jetzt quasi so das komplette Kontrastprogramm zu meinem anderen vorherigen Leben. Und ich wollte einfach mal schauen, wie es mir damit geht und wie das für mich so ist. Und ja, jetzt bin ich hier. Wir tanzen mit Tarnkappen und wir gehen trinken mit falschen Bärten, bis der Himmel brennt auf dem Nachhauseweg. Nichts macht mir Angst, ich bin mir immer noch treu. Und nur dein Liebesgesicht macht mich zu Hause auf der Welt. Weniger Besitz, weniger Kosten, dafür mehr Zeit, mehr Freiheit, mehr Nähe zur Natur. Ein Trend, dem viele junge Erwachsene ihrer Generation folgen. Man nimmt sich halt bewusst Zeit für Dinge, die einem wichtig sind. Und das ist hier bei uns in der Gruppe zum Beispiel auch das Quellwasser. Und ja, mühsam. Ich weiß nicht, ich glaube, jemand, der einfach nur zu Hause den Wasserhahn aufdreht, hat nicht so ein gutes Gefühl beim Trinken vielleicht. Keine Ahnung, dann wird es so total unbewusst. Und wenn man hier das Wasser holt und weiß, wie viel Kraft auch dahinter steckt und teilweise anstrengend, Fahrrad hinzufahren und so, ich glaube, dann geht man auch einfach bewusster mit diesen Lebensmitteln um. Auch in Frankreich sind die Mitglieder von Eutopia noch keine kompletten Selbstversorger. Noch müssen sie einkaufen fahren. Doch die kleine Gemeinde, in der sie leben, ist von Veggie, Bio und Organik weit entfernt. Im Dorf Krona leben 568 Einwohner, meist ältere Menschen. Hat der alternative Lebensstil von Benjamin und seinen Freunden hier eine Zukunft? Ich habe viereinhalb Jahre komplett ohne Geld gelebt. Ich habe nichts gekauft. Die Situation hat sich dann in dem Moment verändert, als Ada geboren wurde. Da bin ich das erste Mal seit sieben Jahren wieder in einen Supermarkt gegangen. Das war immerhin ein Bioladen. Einen Bio-Supermarkt gibt es in Krona nicht. Nur den kleinen Tante-Emma-Laden von Sabrina. Wir haben Sabrina gesagt, dass wir nur Bio essen. Sie hat uns schnell eine Liste erstellt und uns Bio-Produkte besorgt. Seitdem gibt es jetzt hier auch Sachen, die wir nehmen können. Und so kommen wir auch öfter hierher. In Sabrinas Laden begegnen sie den alteingesessenen Dorfbewohnern. Das ist für dich, mein Püppchen. Du kannst sie nehmen, Ada. Vielen Dank. Ich lebe in einer Welt voller Ausnahmen. Es gibt Dinge, die man nicht verhindern kann. Aber es ist schwarze Schokolade. Die ist vegan. Das ist für uns wichtig. Und die Schokolade macht sie dermaßen glücklich. Diese Sojamilch ist zwar eingeschweißt, aber so können wir wenigstens eine vegane Soße machen. Wir suchen Produkte, die 100% Bio sind und die wir für unser veganes Essen nehmen können. Und ja, Senf brauchen wir auch. Benjamin, Yasmin und Lucie haben einen Termin bei Bürgermeister Georges Rousselet. Sie möchten ihn für ihr Ökodorf gewinnen, denn sie brauchen eine Baugenehmigung für die Hütten, die sie auf dem Gelände konstruieren wollen. Das Projekt stützt sich auf verschiedene Pfeiler. Das will ich Ihnen gerne zeigen. Einer der Hauptpunkte ist das Schenken und Spenden. Wir wollen zu mehreren auf dem Gelände leben, um das Projekt voranzubringen. Deshalb müssen wir Hütten konstruieren mit Material aus der Umgebung, mit Lehm oder gebrauchten Paletten oder Naturmaterialien. Ja, selbstverständlich müsst ihr bei eurem Projekt bauen. Aktuell darf man aber nur ohne Fundament bauen. Doch um den Boden besser zu nutzen, wird eine neue Verordnung in Kraft treten. Auf kommunaler Ebene wurde sie schon beschlossen. Das ist ein lokaler Bebauungsplan. Und wenn wir mit der Arbeit beginnen, werden wir euer Projekt berücksichtigen. Manchmal denke ich, dass es kein Zufall ist, dass wir in Kona gelandet sind. Mit einem Bürgermeister, der sagt, ich bin froh, dass ihr hier seid und ich will euch helfen. Vielleicht können wir manches nicht bauen, aber das hindert das Projekt nicht daran zu existieren. Wir werden das machen, was möglich ist. Und beim Rest passen wir uns an. Anders als die erste Hippie-Generation vor 50 Jahren sind die jungen Franzosen nicht gegen das Establishment. Sie wissen, dass sie nur mit der Hilfe der Gemeinde ihr Projekt voranbringen. Der Bürgermeister wiederum sucht für sein Dorf händeringend nach jungen Leuten. Das ist ein absolut neuartiges Projekt. Das gibt es bislang noch nicht in der Region. Ich unterstütze sie. Sie können mit Fragen und Problemen gern zu mir kommen. Das ist toll. Wir versuchen gerade, unsere Heizkosten zu reduzieren. Wenn sie uns zeigen können, wie man anders leben kann, gern. Nach dem Gespräch lädt der Bürgermeister in die Dorfschenke von Krona ein. Auf ein Getränk, denn zu essen finden sie hier nichts. Wir ernähren uns vegan. Wir essen keine tierischen Produkte. In der französischen Kultur werden aber alle traditionellen Gerichte in allen Restaurants mit tierischen Produkten hergestellt. Überall. Sehr selten findet man ein veganes Gericht. Warum auch ihr Ökodorf vegan sein soll, kann der Bürgermeister so gar nicht nachvollziehen. Ist doch die Region berühmt für ihr Charolais-Fleisch. Nun ja, das ist nicht mein Ding. Nein. Denn wir leben hier in einem Land der Fleischfresser. Wir essen alles. Wir essen Kühe. Wir essen Schnecken. Wir essen Frösche. Wir schlemmen gern. Ich denke an Kühe, so wie die Bauern in diesem Land. Bei mir denkt der Bauch. Ich denke an das. Benjamin und Lucie zeigen sich tolerant. Sie wollen die anderen nicht umstimmen, sondern einfach ihren alternativen Lebensentwurf leben. In der abendlichen Sitzung diskutieren Benjamin und seine Freunde ihr weiteres Vorgehen. Wie können sie den Menschen im Dorf ihren Lebensstil näher bringen? Wir haben heute mit dem Bürgermeister gesprochen. Wir möchten den Dorfbewohnern das Projekt vorstellen. Was haltet ihr davon? Wenn wir wollen, dass die Leute wirklich unsere Art zu leben, kennenlernen, dann sollten wir ihnen eher Gemüsegerichte anbieten. Aber wenn wir sie einladen, um einen Salat zu essen? Alle bringen nur Obst und Gemüse mit und wir kochen zusammen? Das könnte eine Idee sein. Das ist doch sehr klischeehaft. Die Veganer, die Salat essen. Dann denken sie, wir essen nur das. Die Leute aus Krona haben nicht diese Klischees, wie zum Beispiel in Paris. Sie wussten nicht mal, was vegan ist. Das Plenum beschließt, ein veganes Picknick für die Dorfbewohner zu veranstalten. Ich freue mich sehr darauf. Ich bin sehr dankbar, so etwas organisieren zu dürfen. Es kommt nicht oft vor, dass sich diese beiden Welten treffen. Das ist eine sehr gute Möglichkeit. Ich denke, das wird nett werden. Ich sehe es ein bisschen wie ein Fest. Wir hatten hier noch keins. Und ich spüre, dass die Leute hier ein bisschen aufgeregt sind. Das wird toll. Zurück in Österreich. Ob das Selbstversorgerabenteuer das Leben ihrer Besucher ernsthaft beeinflussen wird, weiß Lisa nicht. Aber das ist auch nicht ihr Anspruch. Sie will nicht missionieren, sondern mit ihrer eigenen Lebensweise im Reinen sein. Also ich möchte schon langfristig geplant hier wohnen. Vielleicht jetzt nicht ab jetzt sofort. Aber ich möchte das Grundstück auf jeden Fall mal aufbauen. Und auch so ein Teil davon ist eben zur Bauwagen als Basis sozusagen. Wo man mal einen beheizbaren Raum hat mit der nötigen Infrastruktur einfach. Für Lebensmittel zahlt sie momentan 120 Euro pro Monat. Plus Kosten für Wasser und kleinere Anschaffungen. Wie will sie das Geld zukünftig aufbringen? Ich habe Bücher geschrieben über vegane, regionale, saisonale Ernährung. Und über das Selbermachen. Und bin jetzt auch gerade in den Gesprächen für die nächsten Buchprojekte. Also das ist so mein Brot. Aber so wie ich halt lebe, geht es aus. Ich habe einfach irgendwann angefangen zu schauen, nicht was brauche ich alles, sondern was brauche ich alles nicht. Also ich habe mich an der Seite angesetzt, was ich reduzieren kann, damit ich gar nicht erst so viel verdienen muss, damit ich mich gar nicht erst an einen Job mit hohem Einkommen umschauen muss und 40, 50 Stunden arbeiten. Für größere Anschaffungen könne sie jederzeit wieder mit Nebenjobs Geld dazu verdienen, so ihr Plan. Deshalb sieht sie sich in Zukunft und vielleicht sogar im Alter gut abgesichert. Langfristig Lebensmittel anzubauen ist, glaube ich, eine ziemlich gute Altersvorsorge in der heutigen Zeit. Und genau, das ist ja nicht so, dass ich nichts einbezahl im System im System ein bisschen weniger und dementsprechend weniger wird dann auch die Rente sein. Aber ich mache mir einfach keine Sorgen, wenn ich schon mein ganzes Leben quasi so ein bisschen Überlebenskunst übe, dass ich dann auf irgendwas verzichten muss. Das glaube ich einfach nicht. Im französischen Ökodorf laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren. Heute wollen die Bewohner von Eotopia das erste Mal die Nachbarschaft empfangen. Rund 20 Dorfbewohner haben sie eingeladen. Es ist toll, wenn sich Menschen dafür interessieren. Besonders Leute wie der Bürgermeister oder ältere Menschen, die nicht unbedingt Kontakt mit dem alternativen Milieu haben. Das gibt unserem Projekt einen Sinn. Ihr Projekt läuft seit einem Dreivierteljahr. Im Internet zählt die Seite Eotopia viele Besucher. Doch vor Ort haben nur wenige Dorfbewohner das Gelände bislang betreten. Das ist ein schwieriges Projekt, aber es ist ein gutes Beispiel. Alle Dörfer müssten so sein, dass die Leute zusammenleben, sich gut verstehen, ein gemeinsames Projekt haben. Wobei ein gemeinsames Projekt können natürlich nicht alle haben, aber es ist vorbildlich. Es gibt aber Leute, die misstrauisch sind. Das ist alles, was ich sagen kann. Ich glaube, ein Teil der Leute ist misstrauisch. Wir wollen euch auf ein Glas Kefir einladen. Das ist unser Aperitif, ohne Alkohol. Das ist ein Getränk auf der Basis von Bakterien, einer Art Pilz. Das ist wie Kombucha, wenn das einer kennt. Das ist sehr lecker. Wir trinken ein Glas davon und danach haben wir hier ein Buffet. Wir haben kleine Schilder daneben gelegt, damit ihr wisst, was ihr esst. Der Bürgermeister regt seine Gemeinde dazu an, sich der Jugend gegenüber zu öffnen und neue Impulse im Dorf zuzulassen. Wenn wir hier in Krona Neuankömmlinge haben, müssen wir auf sie zugehen. Das ist meine Aufgabe. Ich sage, schottet euch nicht ab, sonst werdet ihr alt und habt keinen, der nach euch weitermacht. Das ist das Problem. Die Generationen müssen sich erneuern. Es gab Generationen, die eine Menge bewirkt haben. Doch dann hatten sie niemanden, der weitergemacht hätte. Weil sie vergessen hatten, sich nach jungen Leuten oder neuen Bewohnern umzusehen. Trotz Wohlwollen und Neugierde. Für viele bleiben die jungen Leute von Eutopia-Exoten. Aber die Akzeptanz ihnen gegenüber ist gestiegen. Es ist eine echte Entdeckung. Ein anderes Leben. An die Art zu leben, könnte ich mich nur schwer anpassen. Aber es ist sehr gesellig. Und vielleicht haben sie ja auch recht. Das Picknick hat zum Nachdenken angeregt. Denn Veränderung funktioniert nur im Dialog mit der Gesellschaft. Davon ist Benjamin überzeugt. Wir sind noch ganz am Anfang. Wir wollen das Projekt öffnen und mit den Dorfbewohnern in Harmonie leben. Mit dem Bürgermeister, mit Sabrina und dem Bäcker. Wir wollen uns wirklich in die Gesellschaft integrieren. Deshalb können wir nicht losgelöst in unserer kleinen Blase ohne Geld leben. Das wäre wirklich eine Utopie. Alles hat mehr Sinn, wenn wir uns dazwischen bewegen. Das wiegt alle Ausnahmen und Kompromisse auf, die ich auf diesem Weg gemacht habe. Benjamin und seine Freunde sind pragmatische Idealisten. Sie wissen, dass sie ihre Visionen mit der Realität abgleichen müssen, um wirklich etwas zu verändern.